Kamera läuft! Und bitte! Das gibt's nicht. Nela ist ja geklopft eigentlich, ne? Ich hab jetzt kein Zeichen gehört, das hab ich einfach mal gemacht. Du hast da aber irgendwie die Faust auf Augen, ne? Mit dem Knopf. Er will unbedingt im Bild sein. Du musst da eins machen. Könnt ihr bis den Hund zurückhalten? Der war ganz... sich reingemogelt. Klappe! 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 Ja! Aus! Ja! Bei T oder was? Ja, dahinter. Null. Andreas, welche Tonnummer? Die vier kommt jetzt. Passt du mal gleich. Tag vier. Weißt du? Okay. So, Ton läuft. Ton läuft. Und hier? Kamera läuft. Kamera läuft. Kamera läuft. Die zweite gilt. Klappe. Jo. Und aus. Sorry. Der war, äh... Definitiv, brauche aber, ja. Ja. Nochmal, oder? Nur, versuch mal, ja. Versuch mal, wirklich starr auf die Tür zu gucken. Auf das Tor. Und bitte. Klappe. Ja, der war gut. Der war auf jeden Fall, äh... Überrascht, der. Ich check, so scheiße, da ist was. Genau. Dann geh ich die ersten zwei Schritte relativ langsam und dann... Genau, weil du weißt, so scheiße, du kannst jetzt nicht hier was aufpassen. Ja, dann geh schnell. Ja, ja. Und bitte. Klappe. Ja, perfekt. Und aus. Schön, ne? Kommt gut. Ja, schön gewesen, ja. Kommt gut. Ja, jetzt war das Überraschte auch da, ne? So nach dem Motto, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Scheiße, war gut, ja.